Musik Nein, Harry, hier ist sie nicht. Harry, ich weiß auch nicht, wo sie ist. Schrei mich nicht an, ja? Der kommt bestimmt gleich vorbei. So ein Quatsch. Tschüss, danke. Sie wurden verprügelt, ich habe das doch gehört. Was ist mit Eileen? Was ist passiert? Ich war in meinem Wohnwagen mit Bettina. Soll ich Ihnen jetzt im Detail erzählen, was passiert ist? Ich bitte darum. Wir haben gefögelt. Zufrieden? Ich bin froh. Ich bin froh. Bis zum nächsten Mal.